Servus Freunde, schön, dass ihr reingeklickt habt in ein kleines Gran Turismo 7 Video, was ein wenig überraschend kommt, denn es gibt Neuigkeiten bezüglich eines Updates, würde ich mal behaupten, aber sie kommen nicht so daher, wie ich es sonst gewohnt bin. Ich sage euch jetzt, was ich damit meine. Denn normalerweise geht mit der Ankündigung eines Updates eigentlich vor allen Dingen ein Tweet von Kazunori Yamauchi einher und der kündigt uns dann ja auch immer im Vorfeld ein Update an, weil er uns auch die Silhouetten von den Fahrzeugen, die Teil des Updates sind, mitteilt. Und das fehlt bisher komplett. Auch habe ich auf sonstigen Webseiten, auch bei GT Planet zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Info über dieses Update erhalten, was mich echt wundert. Die einzige Info, dass es ein Update gibt, habe ich eben auf der offiziellen Seite und auch im Spiel kann man das sehen mit der Serverwartung, denn diese ist angedacht für den Donnerstag, also den 31. August und wird stattfinden von 8 bis 10 Uhr nach deutscher Zeit. Die Frage, die ich mir hier allerdings natürlich stelle ist, was ist das für ein Update? Was ist das für eine Serverwartung? Also ja, theoretisch wissen wir noch nicht mal, ob es ein echtes Update gibt, aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn sogar eine Serverwartung nötig ist, dann ist das nicht irgendein kleiner Tweak, sondern dann wird es wirklich ein echtes Update sein. Nur vielleicht eben nicht in der Größenordnung, dass man es als Content Update bezeichnen wird, sondern vielleicht werden hier nur ein oder zwei Kleinigkeiten oder Bugs behoben. Sowas gab es ja schon ein paar Mal, dass vor allen Dingen zwischen den großen Updates, sage ich mal, auch so ein kleines Update erschienen, was einfach nur irgendeinen kleinen Bug im Spiel behoben hat. Ich habe halt keine anderen Anhaltspunkte. Ich weiß nicht, ob das Ganze auch Teil eines größeren Updates ist und wir jetzt noch in diesem Monat sogar ein weiteres Content Update bekommen. Denn wenn wir uns zurückerinnern, gab es ja im Monat Juli kein echtes Content Update. Dieses kam dann sozusagen etwas verspätet Anfang August, ist also erst irgendwie drei Wochen her oder so. Und ich persönlich habe das Update ja für mittelmäßig gut gehalten. Warum das so ist, könnt ihr euch sehr gerne auch mal in dem entsprechenden Video dazu angucken oder anhören. Und ich glaube, das hat viele Leute wirklich enttäuscht, dieses Update. Einfach auch unter dem Aspekt, dass es sehr lange von vielen Leuten, auch von Insidern, die Gerüchte gab, dass im August irgendwas Größeres ansteht. Vielleicht sogar eine neue Strecke oder ja, was auch immer. Und das hat bis hierhin gefehlt. Und deswegen könnte man ganz, ganz dezent die Hoffnung haben, dass jetzt das zweite Update diesen Monat vielleicht genau das liefern wird. Ich persönlich sage euch jetzt aber meine eigene Meinung, die ich dazu habe. Ich glaube nicht, dass wir am Donnerstag ein echtes Content Update bekommen, sondern es wird wirklich ein kleines Update sein, was einfach nur den einen oder anderen Fehler im Spiel behebt oder irgendeine Anpassung vornimmt, die man vornehmen möchte, mit der man nicht warten will bis im nächsten Monat oder so. Und deswegen macht man das jetzt mit einem kleinen Update. Das ist meine persönliche Vermutung. Ich lasse mich aber natürlich auch gerne eines Besseren belehren. So oder so bin ich gespannt und werde mir am Donnerstag das Update natürlich ziehen und werde da mal reinschauen und dann sehen wir weiter, was das Update liefert. Wenn es irgendwie erwähnenswert ist, werde ich dazu natürlich auch ein Video machen. Ich hoffe, euch hat dieses Video mit dieser Information erst mal gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem der nächsten Videos schon wieder sehen. Macht's gut, Leute!